Ich muss hinten fahren, ich lasse Ehre vorbei. Einen Moment, jetzt kommt der Ausglück. Oder eigentlich die ersten zwei, oder die ersten drei, weil... Ja, einen Moment, ihm habe ich geserft. Okay, warte, warte, dann warte ich. Ich wollte ihm was trinken, weil mein Hals zu rau ist. Aber das erste Rennen, das war ja schon mal Hammer. Oh, Zweiter! Oh Gott sei Dank habe ich ja heute ein Glück, ey! Ach, senk das! Letzter! Letzter! Scheiße! Oh, ich bin mitten im Feld, ach du Scheiße! Oh, hinter Kösti und Cranky. Scheiße! Ja komm, du reibst da vorne schon mal auf. Das geht ja. Der leckt denn da so hinter mir? Was ist denn das? Ey, ich habe Angst, ich habe Angst ohne Scheiße da. Ja, der hat vor mir auch gelegt. Ich bin auch... Da ist direkt ein Auto vor mir. Ach du Scheiße. Wer ist denn jetzt auf der 5 vor mir? Ach, das ist Tobi. Ach hier, Jako! Du warst, du bist auf einmal so... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, wo ja? Oh Scheiße, das könnte sein. Oh, ich trau mich gar nicht, ey. Komm, Mucke. Komm. Komm. Wer ist hinter mir? Patrick? Ja. Das ist geil, was heißt das denn? Ach nee, ich wollte mal wieder so ein Klassiker ins Spiel bringen. Ach so. Ich dachte irgendwie, Pascal hat sich Pfeffer an. Ich dachte, es war wieder ein Grafik-Bug. Nee. Grafik-Treiber-Absturz. Nee. Hat sich irgendjemand gedreht in der ersten Runde? Fast. Also ich jetzt nicht. Aber meine Runde ist trotzdem schlecht. Nee, ich war auch draußen. Ich habe den Mucke vorbeigelassen. Danke, Tobi. Es war echt sehr nett von dir. Aus dem Auschnitt. Ich weiß ja, dass du eh schneller bist. Komm schon. Neul, die gleiche Zeit wie im Training. Ey, ich habe mich auch verbessert im Gegenüber vom Training. Mike hat sich gedreht. Ich freue mich ja hier schon auf den Boxen. Scheiße. Oh Gott. Oh, Mike hat sich gedreht? Verdammter Mist. Diesmal ist die Taktik weniger, Speed-Bug ist mehr. Ja. Auf jeden Fall. Wir sind ein bisschen mehr Technik. Also ich würde da den ein oder anderen Feuerern gerne vorlassen. Mike, Mike, weg von der Ideallinie. Danke. So, Lenz-Warte. Ich weiß, wie es beim Lause trinken war. Letzte Runde. Ich muss was nachlegen und das geht schon mal schlecht los. Verdammter Mist. Ja, zwei Hundertstel verbessert. Oh oh. Was ist denn deine Zeit? 39,28. Oh, da musste ich wirklich verbessern. Komm schon. Halten, halten, halten. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Also eben gerade war ich, glaube ich, ein Sekündchen schneller. Oder was? Du bist bei 38,96 gefahren. Ah, oder so. Oh, Mann. Oh, Mann. Bitte, 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 Vollgas, Vollgas, Vollgas. Was macht ihr da? Was macht ihr da? 7, 38. Fast. Nein, es reicht nicht. Es reicht nicht. Scheiße. Oh Mann, Ding. Wo ist denn jetzt diese gute Runde jetzt zerstört? Mann. Susi auf der 1, Jaco auf der 2, auf der 3 Mucke, auf der 4 Patrick. Oh, Alter. Ja, ich bin auf der 2, jawohl. Alter, die ersten 5 ist so übel. Ich bin trotzdem letzter, also. Komm. Christi auf die 6. Christi auf die 6 nach vorne. Wow. Was mich hier gerade Sorgen macht, ich habe jetzt immer so im Abstand von vielleicht ne halben Sekunde immer kurz so Standbilder. Okay. Jakob auf der 5, warte kurz, auf der 7 noch Pascal, auf der 8 ich, oh. Letztes Mal war es eine Sekunde. Christoph auf der 11 Mike und auf der 12 Tobi. Was denn? So. Kannst du mir mal jetzt erklären, warum Murchan jetzt auf einmal eben geleckt hat? Ey, ich verstehe es nicht. Wie gar nicht mehr so ein Laptop da ist. Mann, der Laptop, dafür kann ich jetzt auch nischt. Ja. Diesmal heißt es nicht Mucke, du Legste. Ich bin raus. Das kommt noch. Das kommt noch. Das kommt noch. Aber mein PC leckt auch nischt. Das ist aber dieser kleine Laptop. Wir machen einfach ein... Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr dann. Wir machen noch ein Team und das sind die Lego Peters. So, wen hab ich vor mir? Kösti. Ach, Kösti, das kriegen wir hin, oder? Ich bin eh Laptop. Ich bin eh Laptop. Ich warte eh erstmal auf Fehler. Oh Gott. Wird jetzt ein hartes Rennen, hartes Rennen. Das wird ein hartes Rennen. Los geht's. Aber ein guter Start. Ein schöner Start hier. Oh. Oh, ich setze mich gleich hier hin hin. Nein, Tom. Nein, nein. Ne, warte, warte, warte. Dräng mich nicht so weit ab. Ansonsten hab ich hier keine Chance. Ja, ja, ja. Ich wollte eigentlich komplett dicht machen. Tom. Ja, Tom. Das hast du sehr fein gemacht. Schön die Bahn dran geräumt. Mike, schon. Ah, Tom. Ja, Tom. Was für mich? Ja, keine Ahnung, was bei mir los ist irgendwie. Ich wurde grad ein bisschen abgeschossen. Ihr seid bei mir alle gestartet, wie als... Ja, ich hatte... Ich hab bei jedem Start irgendwie so ein Leck. Ich bin in! Okay, okay, okay. Ich... Ich zieh zurück, ich zieh zurück. Boah. Tom, du fährst ein bisschen rücksichtslos. Wer ist hinter mir auf der... Ich will hier eigentlich nur friedlich zurück. Zwei auf einmal. Oh, Alter, ein Leck. Oh, Alter, wer mich da hat. Oh, Alter, wer mich da hat. Oh, Alter. Du hast mich kaputt gehauen. Oh, Mucke. Ja, du hast mich kaputt gehauen. Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Boxen, stopp. Wer hatte jetzt den Leck? Oh, ich hab das in den Fakt bekommen, aber... Ey, du, das geht nicht gut, das sag ich... Nein! Die erste... Ich bin schon da raus. Ach, Alter, meine... Scheiße, das geht nicht gut. Und ich hab jetzt einen Schaden. Mucke, du hattest kurz gelegt und dann war alles... Gelb bei mir jetzt. Oh, ja, komm. Ich hab Motorgelb. Kein Speedbug? Warum seid ihr alle weg? Gut rausgekommen. Ich... Ich bin... Ich bin... Wegen dem Leck mit 300 kmh gegen die Wand gefahren. Was ist denn da vor mir? Ja, ich bin... Ähm... Bin eine halbe Minute in der Box. Oh, Misty. Jacob hat mich voll in die Wand reingehauen. Du hast... Ich hab dich... Du hast einen Mega-Lack verursacht und hast mich in die Wand geschossen. Und dann bist du auch noch auf mein Dach gelandet. Ja, irgendwie auch schon. Irgendwie kam er so... Oh... Alter. Und Torben, du hast mich schon wieder... Nee, nicht schon wieder. Du hast mich voll rausgedrängt in der ersten Kurve. Das stimmt. Das muss ich sagen. Ich hab... Ich hab zu spät gebremst. Ich hatte Angst, dass Pascal mich hier auf den Rasen. Der dachte ich, gut, bleibst du länger auf dem Gas, aber... Dann hab ich's nicht mehr rechtzeitig geschafft und... Ja. Also das geht auf meine Kappe. Auf jeden Fall. Problem, die Strafe. Ich will welche überholen. So, wer war jetzt alles noch nicht an der Box? Susi Wolff und Patrick. Oh ja. Okay, das war zu erwarten. Ich denk mal, Patrick Mike? Ich bin innen. Was? Wie kommst du denn jetzt denn? Ich fahr in den Vollgas durch. Wer ist hinter mir? Oh, scheiße. Ich hab hier Angst, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich häng hier fest im Stau. Cool. Jetzt wo ich ein Cabriolet hab, da seh ich die Straße besser. Ach, Kösti ist hinter mir. Okay, gut. Ja, Kösti, wir beide müssen weiter nach vorne. Also, das geht so gar nicht. Ich bin nur 8, der Mucke. Welcher Platz bist du denn? Ich bin... Dritter. Boah, du hast geleckt. Er ist ihm fein abgeschossen. Ich bin öfter. Muckelekt, Achtung. Ich kann auch nicht hol den zweiten, wenn's nicht stoppelt. Tom! Entschuldigung. Du, ja. Du warst ziemlich langsam in der Kurve. Ich hab versucht... Hol Punkte! Susi Kreis, das Team ist auf Doppelpol. Ich bin Siegter. Echt? Erster und Zweiter. Schön. Warte, ich bin Siegter. Ich muss... Ich hab das so langsam, weil ich im Windschatten von Christoph war. Ja, ja, hab ich gesehen. Ich versuch jetzt hier noch weiter nach vorne zu kommen. Was? Wir sind gleich letzte Runde, Freunde. Wir sind gleich letzte Runde hier. Wir gehen mal kurz durch. Auf der 1, Susi auf der 2. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Die Legs, die fangen an. Die Legs, die fangen an. Oh, oh. Ich bin vorschorn. Mucke, bitte. Was? Mucke, bist du Erster? Nee, ich bin Zweiter. Und wer ist Erster? Patrick? Jako. Nee, Patrick ist Fünfter. Wer ist in der Box? Das wär's. Bitte schenkt mir den Sieg. Bitte holt ein paar Strafen. Holt ein paar Strafen. Ja, ich fahr jetzt hinterher hier einfach mal. Ja! Ja! Susi hat eine Strafe! Das ist doch mal geil. Sorry, Sean. Ich hab mich vor... Ich stoppt schon quer. Sean, bitte, bitte. Kannst du mich ruhig vorbeilassen? Nö. Susi hat eine Strafe. Das gibt's gar nicht. Das machst du doch extra! Ja! Ich hab gebremst für die Kurve. Ja. Nee, ist klar. Jako auf der 1? Ah, Christoph vor mir. Jako! Jako! Mucke! Patrick! Ja! Klasse für unser Team! Super! Ja! Komm ja, bloß auf! Oh, noch vor Susi! Oh, alle vor Susi! Also, ich muss mich wirklich bei Sean entschuldigen. Ich stand quer und konnte über die... Die holen wir noch. Die holen wir noch. Ich wär vierter geworden. Nee, dritter wär ich geworden. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Ja, Sean hat die letzte Kurve voll. Er hat abgebremst. Ja, komm schon. Die packen wir wieder. Ich bin voll hin drauf gefahren. Wir gehen kurz durch. Jako auf der 1, Mucke auf der 2, Patrick auf der 3, Christoph auf der 4! Jawohl, Christoph! Christoph auf der 4! Das gibt's gar nicht! Ich auf der 5, auf der 6, Jakob auf der 7, Kösti auf der 8, Susi auf der 9, Pascal, Tobi auf der 10, also den letzten Punkt hier. Der hascht Mike auf der 11 und Quanky auf der 12. Ähm, wie viele Runden wurde ich überrundet? Für die Gummischlümpfe wäre nicht gut. Hab ich jetzt nicht geguckt. Also, Sean, das tut mir auf jeden Fall noch mal richtig leid. Also, ich stand da total, ich kam voll quer und hätte mich fast gedreht. Du hast mich so gesehen wieder umgedreht und hast leider die Strafe kassiert. Das tut mir leid. So, wer hat, so, 4 Punkte hat jetzt McLaren verpeilt. Alter, wir rechnen. Ich habe 21, Patrick hat 24. Was? Ich bin bis jetzt auf dem ersten. Ja, Jako, du, das kann was werden heute. 42. Mucke hat 19, Kösti hat 5, das heißt wir kommen auf 69. Geil. Da haben wir dann 31 Punkte. Ich habe 37 Punkte in dieser zweiten Runde gemacht. Wow. Ja, wie viel Punkte hat Susi Wolfs Team, krankes Team? Habt ihr genau wie vor 31 Punkte gemacht? So, und die holen wir noch, oder? Wie viel hat der jetzt Gummischlümpfe? Komm, du hast aber auch noch Siegchancen hier. Minecraft 8, Minecraft 8. Ich habe 6, 14, 14 plus 15, 19, Panker 2, 21, also haben wir nur 8 Punkte geholt. Wie viele Punkte? Wie viele Punkte haben wir? Mike? Wir können das alles doch am Ende ausrechnen. Okay, haben wir 8 Punkte nur geholt. Also ich muss sagen, also Jakob, hier Jakob, Patrick, Susi, Tom und ich, wir haben auf jeden Fall noch Siegchancen. Wir sind 7 Punkte auseinander. Ja. Selbst Christoph hat theoretische Chancen. Also ich sag mal, ich bin ein schlechter, also ich denke nicht, dass ich den Titel hole, aber ich bin jetzt schon zufrieden. Alter, das ist richtig spannend heute. Noch was anderes, was für einen Vorsprung haben wir jetzt punktemäßig, Tobi? 7 Punkte. Genau. Moko, du hast ja auch vorher angekündigt, dass du dir an den 1-Titel holen willst. Mit allen Mitteln. Ja, aber ich wollte den schon verholen, ne, also ne, so ist das ja nicht. Ja, dann bist wir einfach jetzt bei dem nächsten Renn-Disk, und ich bin jetzt hier. Genau. Wir machen die letzte Strecke, ist die Startstrecke Paradise. Oh, jetzt ist der 5. Naja, Christoph vor mir. Christoph vor mir. Ja. So, 10. Ach du Scheiße, ey. Ich lad immer noch. Ja, wir starten nach den Ergebnissen. Wo bin ich denn? Nee, wir starten nicht nach den Ergebnissen. Aber da war ich nicht 5. Ich war gerade, was war ich denn? Hey, ich meine, ich mach nicht den Renn-Ergebnissen, weil... Oh, könnte doch sein. Ja, doch. Nee, hast recht. Ja, hast recht. Stimmt. Jako, du lägst! Echt? Ja. Immer noch? Aber danke, jetzt hab ich Wind. Aber Christoph, wir müssen das irgendwie hinbekommen, ne? Krieg! Krieg! Nein, bitte nicht, bitte nicht, komm. Also wenn ich irgendwo schnell herangehe... Lässt du mich mal hin, Krieg! Krieg! Wenn du gerade mit Christoph spielst, äh... Ach der Kurve? Ja. Hoffentlich klappt das. Du weißt schon, dass Christoph in meinem Team ist. Ja, aber... Aber es kann ja sein, dass ich jetzt Christoph irgendwie gleich überholen muss, oder ich drehe mich direkt weg. Ja, Geido. TomTV gegen MockenTV. Ich roll noch, ich roll noch. Das tut mir leid. Verdammt, der Mist. Ich bin wieder auf den Rad gekommen, aber ist nicht mal kosmetischer Schaden. Hab ja noch zwei Runden. Ja, aber ich hab jetzt immerhin Freie Fahrt. Uiuiuiui. Nein, 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 nein... Oh, eier, nein, 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 nein... Der Tobi hat's nicht geschafft. Nee, 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 nee... drehe, aber jetzt verliert ihr die Zeit durch Schreiben. Ja. Cranky ist auch abgeflogen. Was? Cranky bist auch abgeflogen, oder? Ja, ich bin, ja, so ein, zwei Meter hinter dir bin ich da stehen geblieben. Patrick fühlst du vorher nicht. Danke, Jakob. Auch freie Fahrt. Die kommen jetzt auch in das Team HAT. Meine erste Runde kannst du vergessen. Ah, shit. Eine Runde kann man auch vergessen. Für mich wäre eine 1.8.6 jetzt nicht so verkehrt. Aber ich setze alles dran. Ich will mal, ich will, ich hab 2013 noch nicht eine Pole gehabt. Noch nicht eine einzige Führungsrunde. Ja, stimmt. Ja, äh, 2013 hat irgendwie nur so Susi Wolfs Team geholt. Nee, Patrick hat auch schon mal das geschafft. Ich hab jetzt eine geholt. Ja, Jakob hat auch nachgelegt, richtig. Ja, ist ja auch in meinem Team. Scheiße. Ich bin der einzigste Spitzenfahrer ohne Sieg, ey. Verdammt, der Mist, ey. Patrick, hast du ein graues oder ein weißes Auto? Ein weißes. Echt? Weil je nach Entfernung ist es mal weiß und mal grau. So. Weiter, weiter. Boah, ich hab eine 1.31.27. Ey, geil, ey. 1.31? Schon hat sich gedreht? Nanu? Oh, schon hat sich gedreht? Hat damit die weiße mal? Ach du Scheiße, da sind meine Augen da. Oh, verdammt. Nicht gut, Kirsti. Man, wir müssen hier vorliegen. Auf der letzten Rennstrecke haben wir kaum eine Chance. Boah, was war das denn? Standbild. Ja, ich bin. Gerade in so einer guten Runde, wo ich schon das Wünsche angenommen habe. Denke ich ein Standbild. Ah, verdammter Mist, verdammter Mist, ey. Ja, Tom vor Patrick und dann Jaco und dann Tom. Ja, ich verbessere mich noch. Also ich bin jetzt bei einer 1.17.7. 1.17.7, davon kann nur träumen. Oh nein. Ah, ich kann keine Bestzeit aufstellen. Das war jetzt gerade schon Mist. Das darf nicht wahr sein. Im Training lief das so geil. Jetzt will ich auch noch den Schwung. Mit einer 1.17, keine Ahnung. Weiter, 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 weiter. Du hast eine 1.17.9.3, glaube ich. Uh, Basen, komm. Komm schon. So, die Runde, die Rest der letzte Part. Komm schon, komm schon. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Für TomTV. Das muss klappen, das muss klappen. Ich habe Angst, ich habe Angst. Oh, Hilfe. Irgendwie zusammenreißen. Hier liegen überall Hütchen verteilt. Das ist damit ich nicht schuld. Oh nein. Schon wieder keine gezeitete Runde. Das ist ja auch Andrea gehabt, sorry. Tom, Kirst dich halt vom letzten Platz. Das ist schon mal. Ich habe mich verbessert auf 1.17.1. Du bist momentan erster. Jupp. Gleich wird noch Susi kommen. Fahr. Nein, ich verliere auch noch in der letzten Kurve. Nee, Mike. Tempo, Tempo, Tempo. So kann es bleiben. Mal gucken. Bitte, bitte, bitte. 1.17.1.17.1.18. Christoph vor Tom. Oh, es geht noch. Es geht noch. Nee. Da hinkommen wir. Oh, ich komme noch an vor mich, oder? Ja. Auf der 1. Mucke. Auf der 1. Mucke. Klasse gemacht. Jakob auf der 2. Patrick, auf der 3. Ich werde dann nicht so nicht knacken. Auf der 4. Was? Ich auf der 5. Christoph auf der 6. Du kommst nicht vor mich. Ich komme noch schon. Echt, ich komme noch schon. Du packst ihm keiner. Ich habe einen gelben Motor. Ich verstehe wieder nichts. Oh. Was ist da los? Mucke, Sean hat sich irgendwie gedreht, ja? Ja, seit der ersten Runde mit gelben Motor. Wow. Susi nur siebter. Nur siebter. Also heute ist ja alles chaotisch. Krasse Sache. Aber Mucke pool. Wirklich, Hut ab. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Er hat da erst von geredet und jetzt ist er seine erste Probe gefahren. Patrick, du musst irgendwie versuchen, der Jakob am Start zu schnappen. Ja, mal gucken. Ich muss nicht sagen, trotz so einer beschissenen Runde auf Platz 10 zu starten, ist ja nicht ein Wunder. So, pass auf. Patrick, mein Plan ist, du fährst an Jakob vorbei und hältst alle anderen auf und ich ziehe da weg und hab schön meine Ruhe. So, und das ist mein Traumstart. Also Mucke lässt eine Sekunde die Reifen durchdrehen, verkackt dadurch ein bisschen. den Start, Patrick schießt Jakob ab, fliegt aber dadurch selber ins Kiesbett und ich fahr vorbei. Mucke? Halt die Klappe! Du bist sowas nicht an! Oh Gott, wir schaden alle von der rechten Seite, oder? Nee, das ist die nicht. Aber ansonsten, das ist ja mal geil. Vielleicht können wir das auch als Verschwörungstheorie einordnen. Ja, du könntest die Gewinn-Tour mal ein paar Führungsrunden holen. Ja, genau, mit Führungsrunden. Ja, ich will Gewinn und Führungsrunden, ich will alles haben. Ich hab mir schon wieder sowas richtig geiles vorgestellt.